Neuer großer dänischer Star kann zu Borussia Dortmund kommen, aber zuerst, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und keine Informationen über unseren Lieblingsverein verpassen möchten, bitte ich Sie, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben bei Borussia Dortmund nehmen Sie sich Zeit und melden Sie sich dort an. Zurück zum Thema. Damit der BVB in der Champions League nicht außen vor bleibt, braucht es in der Rückrunde der Bundesliga-Saison eine gewaltige Steigerung. Der BVB kann jetzt mit einem Talent aus Dänemark stärker werden, wie das italienische Online-Portal Calcio Makatu berichtet, wurden die Dortmunder Trainer auf Gustav Isachsen aufmerksam. Der 21-Jährige ist immer noch beim FC Midtjylland im Einsatz und hat in dieser Saison mit vier Toren in 17 Einsätzen in der dänischen Superligaen beeindruckt. Noch besser war Isachsen in der Europa League, der U21-Nationalspieler erzielte in sechs Spielen drei Tore. Zudem erzielte der junge Mann zwei weitere Tore für seine Teamkollegen, trotz seines jungen Alters hat Isachsen bereits viel Erfahrung. Insgesamt hat der Spieler bereits 119 Pflichtspiele für die aktuelle Tabellensiebte der dänischen Liga bestritten. Der BVB könnte um die Dienste der Offensivtalente aus Italien und England wohl starke Pukerkonkurrenz bekommen. Laut dem Bericht des italienischen Transferportals sind neben Alvinegro auch der FC Brentford, der AC Florenz und der AC Mailand. Und das ist eine Umarmung und ein Abschied.